Herzlich Willkommen bei Delikatessen von Lintl, Ihrem Feinkost- und Delikatessengeschäft mit hauseigener Produktion in Gronau-Epe. Ganz nach unserem Motto, Leben wie Gott in Epe, haben wir uns von Anfang an der hohen Qualität und dem guten Geschmack verpflichtet. Im Einklang mit kleinen und feinen Manufakturen und unserer eigenen Kreativität arbeiten wir ständig an unserem Sortiment, um Sie mit natürlichen und vor allem richtig leckeren Produkten zu verwöhnen. Es erwarten Sie Köstlichkeiten aus ausgewählten Rubriken wie Käse, Wurst, Salami und Schinkenspezialitäten, Süßwaren, Weine, Kochzutaten und Konfitüren. Präsente, auch Kleinstpräsente, die aus dem Rahmen fallen, können wir individuell nach Ihren Wünschen gestalten. Lassen Sie sich individuell von uns beraten. Wir finden auch für Ihren persönlichen Geschmack garantiert eine kulinarische Köstlichkeit. Unsere hauseigenen Gaubenfreuden werden handwerklich und frisch zubereitet. Natürliche Zutaten und Gewürze, ausgezeichnetes Olivenöl, Bio-Fleisch sowie Fleisch aus artgerechter Haltung und Aufzucht und vieles mehr gibt es zu entdecken. Bis bald in Gronau-Epe. Bis bald in Gronau-Epe.